Ich bin für das Wissen, weil Wissen Bildung und Verständnis schafft. Und Bildung, wie wir wissen, ist der Grundpfeiler für eine gerechte Teilhabe an Gesellschaft, gerade jetzt auch wichtig zu Corona-Zeiten. Bildung lässt uns auch Richtiges von Falschem unterscheiden, ganz wichtig zu Zeiten von Fake News. Und ich glaube, wir brauchen Verständnis und Erklärungen. Wissenschaft sorgt für uns, für Erklärungen, sodass wir eine Grundlage haben für politische Entscheidungen, die wir treffen müssen. Insofern ist Wissenschaft auch eine solide Demokratie. Das unterstütze ich. Ich bin für das Wissen.